Okay Irgendwie hier ins Eck gehen wo das Hm, das wird auch wieder anstrengend Man kriegt nicht eventuell Moment Äh, so Äh, den kann ich Oh 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 Ah, ihr könnt mich nicht treffen Warum versucht ihr nicht mal mich zu treffen? Kommt schon, schlaft endlich zu! Oh Attacke! Ich werde zu langsam Ich habe etwas für euch Geht doch So, dann durch oder? Na ja, wie schon gesagt, Wikinger fehlen noch Die Untoten Oh, weil wenn da immer einer kommt Der, ne 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 Ah, nein, keine Toten Wikinger Schlechte Idee Darauf lassen wir uns gar nicht erst ein Und wer baut denn so einen Turm? Oh Gott, jetzt haben wir wieder Akkulüten. Sehr schön. Aber da können wir wenigstens nicht erspalten. Oh Gott, jetzt sehen wir die Tüche auf. Oh Gott, jetzt sehen wir die Tüche. Oh Gott, jetzt sehen wir die Tüche. Können wir nie genug davon kriegen, ne? Und das ist nur wegen der Hirten und Mana. Und zieht halt die Leute hoch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, speichern. Ich finde das sehr schön. Ich habe immer noch diesen Beta-Test für das neue iOS. Und das Bluetooth-Problem scheint echt beseitigt. Das ist ein herrliches Spiel mittlerweile wieder. Kann ich übrigens immer noch sehr empfehlen, den Madcats. CTRL-i für iOS. Aber jetzt hier. Finale. Mein Liebster, endlich kann ich euch ins Angesicht sehen. Leibhaftig seid ihr sogar noch schöner, edle Dame. Einen Augenblick noch, dann befreie ich euch aus eurem Gefängnis. Ihr seid ja ein solcher Narr, Barde. Dürfte ich vielleicht den Namen des Mannes erfahren, der mich für einen Narren hält? Hört nicht auf ihn. Er ist derjenige, der euch zu töten versucht hat. Ja, das ist mir aufgefallen. Es ist meine Pflicht, jedweden Mann aufzuhalten, der das Böse über das Land zu bringen droht. Und ihr seid ein solcher Mann. Tja, mein Freund, ihr bringt da was durcheinander. Ich bin es, der das Böse bekämpft und die Prinzessin zu befreien versucht, damit sie euch und all eure dämonischen kleinen Freunde in die Hölle zurückschicken kann, aus der ihr stammt. Mit diesem Ort ist sie äußerst vertraut, denn sie kommt von dort. Sie ist die Herrscherin der Scheusale, von denen ihr sprecht. Die Schlünde der Hölle sind ihre Heimat. Ich weiß ja, dass sie ein bisschen dominant ist, aber das ist doch noch lange kein Grund, grob zu werden. Er lügt! Tötet den Bastard! Damit unterstützt ihr eure Sache nicht gerade. Wollt ihr unterstellen, dass die Prinzessin mit all dem zu tun hat, was in der Welt nicht in Ordnung ist? Eure Anverlobte ist die direkte Ursache all dessen. Jetzt geht ihr aber zu weit. Sie ist nicht meine Anverlobte. Mein Liebster, seht ihr nicht, was er tut. Das ist sein letzter verzweifelter Versuch zu verhindern, dass ihr mich befreit. Seine Schergen, die er euch auf den Hals geschickt hat, sind besiegt. Deswegen verlegt er sich auf dreiste Lügen. Lasst euch nicht von ihm verwirren. Er steckt hinter all dem Bösen, von dem das Land geplagt wird. Ich werde gegen euch kämpfen, wenn ich muss. Aber sie ist euer Feind, nicht ich. Sie hat euch die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Ich bin doch nicht dumm. Diese Frau kann unmöglich die Wurzel allen Übels sein. Ich meine, seht euch diese heiße Braut doch an. Ihr habt Augen und könnt doch nicht sehen. Ihr habt Ohren und könnt doch nicht hören. Ihr habt ein Gehirn, aber es befindet sich offenbar in eurem... Bitte kommt zur Sache. Kaylee wird hier gefangen gehalten, seit sie vor tausend Jahren zum letzten Mal versuchte, das Land in Finsternis zu hüllen. Die Kräfte vier mächtiger Zauberer waren nötig, um sie zu besiegen und hier einzusperren, damit ihre Schreckensherrschaft endete. Die ganze Zeit hat sie nach einem Mann gesucht, einem Erwählten, wenn ihr so wollt, der sie befreit. Sie will ihre Herrschaft wieder antreten. Ich fürchte, ihr habt ihr nur als Figur in ihrem Spiel gedient. Und wenn sie euch nicht mehr braucht, wird sie sich zweifellos eurer entledigen. Aus diesem Grund hasse ich neue Beziehungen. Mein Schatz, er spricht Halbwahrheiten. Ich wurde hier nicht von Zauberern eingesperrt, sondern von vier dämonischen Kriegsherren. Ihr habt einige davon selbst gesehen und bezwungen. Ich war es, die ihre Heere besiegte, obwohl mich das schwächte. Nach dem Kampf hielten sie mich hier fest, während sie ihre Truppen neu aufbauten. Sie werden dieses Land ewig beherrschen. Es sei denn, ihr tötet ihn und befreit mich. Hört mal. Ich glaube, ich muss diese Sache überschlafen. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, mein Freund. Die Zeit wird knapp. Blickt in euer Herz, mein Liebster. Befreit mich. Die Zeit war gekommen. Der Barde musste sich entscheiden. Und er wusste, dass er sich lieber klug entscheiden sollte. Was haben wir? Wir haben Fennec, wir haben Kalei, nix viel raus hier und wir haben ein Rad. Äh, habt ihr ein Rad? Rad. Also ich, wir haben ja gespeichert. Normalerweise würde ich so einem ungehobelten Riesen nicht zustimmen. Aber was er sagt, er gibt durchaus Sinn. Ich kann mir jedenfalls keinen Grund vorstellen, warum eine echte Prinzessin je Interesse an euch haben könnte. Noch ein Rad? Ich weiß, wie sehr das Äußere täuschen kann. Und ich bin mir sicher, dass euch hier jemand täuschen will. Was sie sagt, ergibt alles keinen Sinn, Barde. Ich glaube, der Druide spricht die Wahrheit. Aha. Der Druide sieht irgendwie verschlagen aus. Und soweit ich weiß, ist er der Einzige, der versucht hat, euch zu töten. Ich denke, es ist klar, für wen ihr euch entscheiden solltet. Oh, jetzt kommt dann noch der Letzte. Nun, das ist keine leichte Entscheidung. Einerseits hat der Druide versucht, euch zu töten. Andererseits erscheint mir diese Dame aber etwas zu gut, um wahr zu sein. Ich weiß nicht recht, aber ich bin mir sicher, ihr werdet schon die richtige Wahl treffen. Also ich habe auch diesen Mind Twist. Aber für was entscheide ich mich jetzt gerade für? Okay, also wir haben Was ist das? Okay. Also Ja, in der Tat. Wenn ich tief in mein Herz blicke, kann ich nur zu einer logischen Schlussfolgerung kommen. Welche ist das, mein Liebster? Einer Frau kann man nie trauen. Was? Ihr solltet das doch wissen. Es ist immer das Gleiche. Gib mir Geld, pflüge die Felder, lass mich aus meinem magischen Gefängnis, damit ich die ganze Menschheit versklaven kann. Und ich bin darauf reingefallen. Schon wieder. Das kann den besten Männern passieren. Aber wir sind füreinander bestimmt. Oh, hört schon auf. Ihr habt mich von Anfang an nur benutzt. Und ihr habt euch willig benutzen lassen. Damit ist jetzt Schluss. Da erscheint diese schöne Frau mit Rauchwolke und Lichtblitz. Und bevor man es sich versieht, erweist sie sich als irgendeine Ausgeburt der Hölle. Wie können mir nur immer die feinen Anzeichen entgehen? Tja, meine Liebe, die ganze Sache ist vorbei. Kann ich denn gar nichts sagen, um eure Meinung zu ändern? Ihr könnt nicht mal etwas tun, um meine Meinung zu ändern. Nicht einmal, wenn ich euch küsse. Was? Ihr wisst schon, ein Kuss ist ein einfacher Kuss. Nur damit könnte ich euch zeigen, was ich wirklich für euch empfinde. Naja, seid vorsichtig, warte. Ach, zur Hölle. Ich habe den ganzen Weg auf mich genommen. Ich meine, ein Kuss hat noch niemanden umgebracht, oder? What the fuck? Ah, jo? Törichter Sterbliche. Ihr hattet die Chance, an meiner Seite zu herrschen und ewig zu leben. Aber jetzt werdet ihr wie der räudige Hund sterben, der ihr seid. Ich habe versucht, euch zu warnen. Bilde ich mir das bloß ein, oder ist sie immer noch unheimlich heiß? Ihr werdet in alle Ewigkeit entsetzliche Qualen erleiden. Ich habe es euch doch schon gesagt. Es ist aus zwischen uns. What, 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 wo bin ich denn hier? Sieh, gar nichts. Was passiert denn hier? Äh, was ist denn? Was, was, was? Moment. Moment. Ihr braucht's nicht wieder. Das dachte ich. Okay, ähm, so. Also, äh, kommen wir damit an. Und so endet unsere Geschichte mit dem tragischen Tod unseres Helden. Ähm, was? Na, komm mal abkürzten. Sehr gut. Mein Liebster, ähm. Die Zeit war gekommen. Der Warde musste sich entscheiden. Und er wusste, dass er sich lieber klug entscheiden sollte. Hüpf, hüpf. Ähm, wollen wir mal ganz kurz, äh, die Quali-Version? Ach komm, lass mal. Das müssen wir machen. Das bleibt wahrscheinlich auch das gleiche raus, aber ihr wisst, wo ich mir entschieden habe. Das Herz ist nur ein Muskel. Nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Wer so dumm ist zu glauben, dass das Herz irgendwas mit der Liebe zu tun hat, was auch immer das ist, der lebt in einer Fantasiewelt. Andererseits lag ich vielleicht doch nicht so verkehrt. Das Herz pumpt nur Blut dorthin, wo es gebraucht wird. Und das ist alles, worauf es mir ankommt. Denn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hatte ich von Anfang an recht. Und nachdem ich Kaylee gesehen und eure Geschichte gehört habe? Ihr meint, nachdem ihr die Wahrheit gehört habt? Tja, ich muss sagen, dass ich hin und her gerissen bin. Normalerweise würde ich in einer solchen Situation eine Münze werfen. Ich habe hier eine Münze. Aber da sie heiß aussieht und ihr nicht, und da sie mehr Münzen hat, als ich je brauchen werde, warum sollte ich Zeit verschwenden? Tut mir leid, mein Freund, aber eure Geschichte ist Quark. Sie soll tausend Jahre alt sein? Also bitte. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann, mein Liebster. Wenn euer Herz mal Blut nach oben und nicht nur nach unten pumpen würde, wäre euch klar, was für einen katastrophalen Fehler ihr begeht. Was, seid ihr blind? Seht sie euch doch an. Wenn ihr euch auf Kayleys Seite schlagt, wird dieses Land in ewiger Dunkelheit versinken. Oh, zu zweit kann man im Dunkeln viel Spaß haben. Ihr seid wirklich ein Idiot. Aber ich werde euren Torheiten jetzt Einhalt gebieten. Macht euch bereit zu sterben. Na schön. Prinzessin, wartet bitte mal eine Minute. Oder zwei. Ich bin gleich zurück. Hä? Ja, okay, Moment. Äh, was? Okay, den Filik kriege ich jetzt gerade gar nicht da. Also, die Verlinken ist gerade gar nicht. Ich bin gleich zurück. always her sono immer so high abonnt controller порstanden sonst. Also, in der Regel kommen 1940. Ahm ... Ich werde das Rest machen. Ja, das ist so. Was ist es? Was ist es? Wenn ich euch kämpfen sehe, kocht mein Blut für euch. Ihr habt es geschafft. Ihr habt mich befreit. Genug der Worte, Prinzessin. Bevor wir uns umarmen, muss ich meine wahre Gestalt angehen. Ich dachte, das passiert erst nach ungefähr 10 Jahren Ehe. Es wird euch gefallen. Okay. Leichtes Ende. Schwieres Ende. Okay. Oh, verflucht. Dieser tote Typ hatte Recht. Ihr seid die Königin der Finsternis. Natürlich. Aber spielt was wirklich. Wie fühlt ihr euch an der Seite der Herrscherinnen der Ungarn? Jede Frau, mit der ich bislang was hatte, wies sich später als ziemliches Höllen weiden. Und ihr seid wirklich eines. Das könnte spaßig werden. Ups. So hatte der Barde alles erlangt, was sein Herz je begehrte. Natürlich auf Kosten der übrigen Welt. Und damit wäre die Geschichte des Banken erendet. Nach dem Ende. Ich dachte schon, ich würde die Garten gehen. Bittet mich nie wieder, die Geschichte dieses Volltrockens zu erzählen. Das habe ich gehört. Und jetzt schauen wir, dass wir die andere auch nochmal dazwischen. Das andere Ende. Ihr wollt, dass ich die Geschichte weiter erzähle? Ja, erzählen sie nochmal. Ich stehe zu eurer Verfügung, Sir! Ja, das war schon sehr geil. Sorry, dass es zum Schluss Musik und so ein bisschen zu laut ist für den... Oh, das ist halt eine alte Entwicklung. Auch eine kleine iOS-Adaption eigentlich, ne? Da sind die Sounds nicht so ideal abgemischt. Aber gut. Ich glaube, das geht jetzt mal wieder ab. Ah, früh. Ich habe den Moment verpasst, okay. Bist du noch da? Ja. Die Zeit war gekommen. Der Barde musste sich entscheiden. Und er wusste, dass er sich lieber klug entscheiden sollte. Das mit der Hölle wird jetzt, glaube ich, krass. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das jetzt kein Zucker schlecken wird. Ja, in der Tat. Wenn ich tief in mein Herz blicke, kann ich nur zu einer logischen Schlussfolgerung kommen. Welche ist das, mein Liebster? Einer Frau kann man nie trauen. Was? Ihr solltet das doch wissen. Es ist immer das Gleiche. Gib mir Geld, pflüge die Felder, lass mich aus meinem magischen Gefängnis, damit ich die ganze Menschheit versklaven kann. Und ich bin darauf reingefallen. Ich kürze schnell ab. So, jetzt pass auf. Muss ich schnell sein? Gut. Damit müssen wir es eigentlich hinkriegen. Das sind lauter Herzchen. Seht ihr das? So. So. Äh. Falsch. Da muss ich hin. Das ist halt jetzt krass. Ich smash gerade mein komplettes Team raus hier. Jetzt hab ich hin. So. Ich hab die nicht ab. Und wenn ich das lachen, kann ich ja nicht weggehen. Und wenn ich das lachen werde. Das ist ein krasses Level, ne? Das ist ein krasses Level. Leck mir den Arsch. Kriegen wir das hin? Ja, ja, bleib da. Alles gut. So, wieder fix. Die Hetze wird super. So, hier wollen wir uns jetzt gleich mal den Trick drücken, oder? Nicht viel Arsch. Es ist ein krassesуль, oder? Wir müssen jetzt einmal derart und Dinge versuchen. Das ist ein krasses Lachen. Keine Ahnung, dass wir uns jetzt nicht mehr, So, wieder reinschauen, das ist ein krasses Lachen. Wirklich? Ja, wir können jetzt erinnern. Bist du eine Krasses-Lachen, Okay, das ist schön. Okay, alles was ich beschwöre, ähm, kämpft gegen mich. Bis auf die Heilerin. Weibliche Charaktere. Alles klar. Warte, die Männer können sie besitzen. Verstehen. Verstehen, verstehen. Ja. Was haben wir denn? Weiblich? Mal reden. Ihr braucht meine Hilfe. Jo, jetzt habe ich keine Energie mehr. Gut, wir verlieren am Anfang eh. Danke. Oh, wir kriegen das hin. Und er wusste, dass er sich lieber klug entscheiden sollte. Ja. Ja. Oh, ich bin schon. Ja. 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 Ich gehe nicht auf. Angriff! Hier herüber! Okay. Okay. ähm, sind wir noch weiblich, 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 weiblich , weiblich, weiblich , weiblich, weiblich hmm oh ja das kann man auch werden das kann man eigentlich wenn man den Trick raus haben ja 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 das Oh, Roxy war verzaubert, habt ihr gesehen? Aufsager nicht! Ja, das ist nötig! Was ist denn los? Ich muss sagen, das war ziemlich beeindruckend. Man muss ihnen zeigen, wer die Hosen anhat, sonst erlauben sie sich alles mit einem. Jetzt, da sie weg ist, wird alles zur Normalität zurückkehren. Das Getreide wird wachsen, und die Toten werden in ihren Gräbern bleiben. Ihr wart nah dran, alles Leben auszulöschen, wie wir es kennen. Aber ihr habt eure Fehler wieder gut gemacht. Zeigt mir einfach den Weg aus diesem verdammten Turm! Hier weg! Die Aussicht auf Liebe und Reichtum war dahin. Die Welt wäre beinahe zerstört worden. Tod, Elend und Chaos. Die Last solcher Erlebnisse hätte die meisten Menschen verändert. Manche zum Guten und manche zum Schlechten. Aber für den Barden endeten die Dinge so, wie sie begonnen hatten. Ja, mein Freund, wir sind wieder im Geschäft. Ah, schön. Oh Gott. Ahja, die Credits lasse ich immer gern durchlaufen. An Freunde und Familie denken, ohne die vieles nicht möglich gewesen wäre. Das glaube ich. Also, jetzt habt ihr mir sehr, sehr lange mit dieser Episode The Bard's Tale die Treue gehalten. Und das finde ich erwähnenswert, ehrenwert. Also, das ist für mich kleinen Let's Player schon sehr stark. Wenn ihr bis hier zum Ende hin durchgehalten habt und dabei wart. Mit mir Höhen und Tiefen erlebt habt. Technische Ausfälle, was sagt man alles. Hier Controller, Aufnahmeprogramm. Ich weiß auch noch nicht, wie die Aufnahme jetzt wird. Ich habe jetzt gerade im Moment, kann ich jetzt mal sagen, vier Stunden, viereinhalb Stunden am Stück aufgenommen. Weil mit angeblich der nächsten iOS-Version das Spiel nicht mehr unterstützt wird. Das wäre dann schade gewesen, wenn ich es nicht zu Ende später spielen könnte. Nichtsdestotrotz, ich hoffe ihr hattet viel, viel Spaß mit dem ganzen Scheiß. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht, das Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, nochmal selber zu spielen. Und ja, bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer Danke. Und wir sehen uns dann in einem der anderen Projekte. Und vor allem im nächsten großen Projekt. Lass dich mal überraschen, was da kommt. Auch eine sehr tolle Geschichte dahinter. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, auch schon ein bisschen aufgenommen. Und ja, in diesem Sinne, zurück im Startbildschirm. Danke. Macht's gut. Euer Armin. Ciao, ciao. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, Joden, doch es ist ganz klar kein Bruss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn's schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan. Gepracht hat es nichts. Drum ein wenig spontan. Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt. Dann gehört euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank. Es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei. Denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben. Dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß. Also ist hier jetzt mal Schluss?